Hallo Leute und willkommen in diesem Video. Heute stelle ich euch die Leslie Golden Crown vor. Das ist eine 15 Schuss Batterie. Die habe ich sehr günstig bei Actify gekauft. Link in der Videobeschreibung. So schaut die aus. Die Royal Class von Leslie hat 15 Schuss großes Kaliber 30 Millimeter. Eine M hat die 258 sogar. Ja 25er Steighöhe 42 Sekunden. Schauen wir mal. Design ist geil. Also ja Standard von Leslie. Effekt hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen auf den Videos. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ist eben ein Gold Effekt. Wir sehen uns draußen Leute. Viel Spaß. Leslie Golden Crown. Ab geht die Fahrt. Leslie Golden Crown. dann! Dann! Buh! etwas langsamer, aber die kann man definitiv genießen. Ja, Leute. Obwohl sie langsam ist, wenn man jetzt wirklich nicht so viel Geld ausgeben will, dann ist die absolut zu empfehlen. Die gibt es jetzt bei Actify sehr günstig. Oder hat es gegeben. Ich hoffe noch immer. Absolute Kaufempfehlung. Top Effekte. Super Brenndauer. Wie gesagt, nicht ganz so schnell, aber wenn man das Feuerwerk genießen möchte und nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann könnt ihr zu der greifen. Danke fürs Anschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Outro